Einzigartig bei der Marke FÜRIS ist ihr Drei-Phasen-Konzept. Die drei Schritte Reinigen, Aktivieren und Pflegen garantieren optimale Ergebnisse. Insbesondere die zweite Phase, das Aktivieren der hauteigenen Funktionen mit den SOMIs, wird in der professionellen kosmetischen Behandlung speziell hervorgehoben, um so diesen wertvollen Schritt für jede Kundin fühlbar zu machen. Die Handhabung der Crystal Sticks, mit denen diese Technik durchgeführt wird, sehen Sie in den folgenden Schritten. Nach sorgfältiger Vorbereitung der Haut mit Reinigung, Peeling und Tonic, tragen Sie circa einen halben bis einen Teelöffel des passenden SOMIs auf Gesicht, Hals und Dekolleté auf. Die FÜRIS Crystal Sticks können kalt oder warm eingesetzt werden. Der angenehme Temperaturreiz unterstützt die Mikrozirkulation und die aktivierende Wirkung der SOMIs. Nehmen Sie nun die Crystal Sticks und setzen Sie sie sanft auf der Stirn auf. Streichen Sie in Wechselbewegungen mit sehr leichtem Hautkontakt über die Stirn und bewegen Sie sich dabei von der einen zur anderen Seite. Arbeiten Sie sich nun von einer Wange über das Kinn zur anderen Seite und mit denselben Bewegungen wieder zurück. Gleiten Sie ganz sanft über die Halsseiten, dabei den Kehlkopf aussparen. Im Dekolleté und Schulterbereich endet die Crystal Technik nach dem wechselseitigen Ausstreichen. Anschließend fahren Sie mit der Behandlung wie gewohnt fort. Ihre Kunden werden diesen wertvollen Zusatzschritt in der Behandlung bewusster wahrnehmen und das wunderschöne Hautgefühl garantiert genießen. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.